Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge Hacke Le Agua mit meiner Lieblings-Map Das ist deine Lieblings-Map? Ja, ich habe gerade mit der Faust in meine Hand geschlagen, aber ich habe nicht die Fläche getroffen, sondern unten gegen den Daumen Hast du ihn in die Fresse geschlagen? Ja, bin abgerutscht und habe mir ins Maul gehauen Das wäre gar nicht dumm Ich muss mal kurz ins Krankenhaus Schwein gerade Alter, mein Mate hat einen Ball getroffen Loll Wieder der Black Screen von gerade Alter, nach 20 Sekunden lutsch ich einfach deren Schwanz Wie du deren Schwanz gelutscht hast, Alter Sinds direkt weggegangen Richtig geil Null und 10 Punkte Warte da, da gebe ich dir mal ein XD Ja, nein, da sagt er mit 60 Punkten, weiße Ja, sechsmal so viele wie der erste von dem Stimmt Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin wieder aus dem Krankenhaus Ja, genau Er ist wieder zu Hause Wie ich die einfach vernichtet habe Ich bin nicht da Ja, geil Gut, das ist verkackt Und du und Thomas Wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, dann hättest du mir auf jeden Fall schon mal in die Fresse treten wollen, auch wenn nichts passiert ist Ja, okay, danke Schon allein dafür würde ich dir gerne in die Fresse spucken Hättest du aber treten und nicht spucken gesagt Siehste Oh Der war nice Ey, der war wirklich crazy Oh Du hast es Du hast es Du warst wieder der Dominator Warte Mann Wo Wer bin ich? Äh Manuel? Ne They call me God They call me God They call me God Das ist mein Name Guck mal, nochmal so ein Zoom auf mich, weil ich so cool bin Ja, bitte sehr Ah Das war ein dummer Part, ey Müsste mal nachsuchen Fragezeichen Der heißt glaube ich auch so, ne? Was? Was ein Pass? Alter, wie der reingegangen ist Was ein Pass? Was ein Pass? Ein Pass zum Tor Das Tor darin genommen Achso Ja, cool Dafür ist mein Mate da, weißt du, um den geile Fallage zu geben Ja, ne Vorlage ist einfach ne Vorlage Kannst du mir nicht lieber eine geben? In dem Fall Ich geb dir gleich eine Okay Oh Alter, wie kommt der denn so schnell? Der ist ja super einfach zu halten für dich Ja, außer man fliegt vorbei Oh Mach, 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 du hast ihn Du hast ihn Ich hab ihn Du hast ihn Aber war auch schwer den jetzt nicht zu haben Hier, bitte sehr Scheiße Ich wusste es Der geht aber nicht Der geht, der geht, der geht Warum geht der denn? Ja, weil du dich outplayen lassen hast Ja, das hab ich Das hab ich Ist aber nicht schlimm Weil jetzt mach ich nen Tor Ja Weißt du, das erste Tor geht ein bisschen auf mich Das zweite gar nicht auf mich Sondern auf Ja, wie kann der denn nach hinten gehen, Heckerl? Ja, aber du hast ja schon dein Tor gemacht Der hat meins noch nicht gemacht Oh Ja Pass Nicht zu ihm, zu dir Ja, dafür kann ich ja nix, dass du den zu ihm spielst Ja, genau Alter, hätte ich Boah, hab ich ihn gebloggelt Er hätte ich gerade fast gekockblockt Oh, fuck Nein Easy He, er saft ihn für uns, ist der Alter, der ist richtig nett Ja Ja, guck mal, er macht ihn in sein eigenes Tor Leider nicht Der Mate hat's verhindert Ah, geil Zack Ich hab mich geantwortet Bist du tot? Nein, ich tu nur so He 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 Ich hole, ich hole Du hast ihn geholt Ja Als würde ich das sagen Zack Der geht nicht Der geht Ich hab gedacht, der fällt wieder raus Nee, natürlich Alter, ich bin heute ne Maschine Vorher war das gerade mein erstes Spiel Warum heute? Und das war ein zweites, Leute Ja, vorhin war auch mein erstes Spiel Wie fährt man rückwärts? Ähm, mit SDRG Shift Probier mal aus SDRG Shift Ja Es klappt nicht Es geht nicht Ich konnte nicht fahren Ich konnte nicht fahren Ich hab's mehrmals gedrückt Als noch die Zählung passiert Ja Zack Wie, das etwa ein Goal? Ein legendäres? Wird das ein Goal? Ja Lol Alter Ich, ich, das ist also Ich geh mal kurz duschen Ja Das Blut aus dem Gesicht wischen Das ist ja nett, dass du mich wenigstens mit in den Park lässt Ja Auch wenn du mich nicht mit ins Spiel lässt Ja Ich will dich ja auch endlich von Gold hochziehen, ne? Achso, ja, das stimmt Das ist endlich mal davon wegkommst Weil, was ihr nicht gewusstet Darauf hab ich gewartet, dass du ihn komplett verkackst Und danach nochmal und mir den wegnimmst Geil Nice ey Was ihr nicht gewusstet ist, dass man und ich schon vor einem halben Jahr Accounts getauscht haben Nein Ja Genau Und wenn wir Aufnahmen alleine machen Dann schicken wir uns auch immer die Dings zu und wir sprechen drüber Pass Das ist eigentlich das Gameplay von dem anderen Ja, genau Deswegen auch die vielen Eigentore von angeblich mir Fuck Und der geht natürlich rein, Mann Das ist so ein legendäres Tor Ja gut, also Und wenn der nicht reingeht Ach, scheiße Sah aber gut aus Hat er dich gerammt? Weiß nicht mehr Zu lange her Zu lange her Lol, der hat Noobs geschrieben Was? Okay, dich fick ich noch DICH FICK ICH NOCH! Warum nimmt der mich so? Alter Oh nein, nein Oh lol Äh Oh Gott Den krieg ich nicht Den kriegste Den kriegste Klaus Den nehm ich gar nicht erst Ne Hier, bitte der Zack Pass Glanzparade Wow Oh, weggenloopt Ja, mach n weiter Mach n Er macht n weiter Den hol ich Ich bin schon oben Ja, wollt ihr den zusammen gemacht haben? Was? Du hast den Du bist so eine Nutte Ich hab den wohl gegen nicht geschossen Da, du hast den nicht getroffen Er hat ihn gegen dich geschossen Nein, ich hab antizipiert Ja, ja Du hast ihn gelesen Das war geplant von uns beiden Ein studierter Spielzug Ja Weißt du, nur weil du sowas nicht lesen kannst Ich krieg den Ball nicht bei dem Versuch den mal zu treffen Achso Achso, du meinst so? Ich hab 10 Punkte bekommen, also halt mal der Maul Ich bin AAAAAAAH Bist du wieder da? Ja Fuck Wer hattest du denn nicht? Wie hattest du den nicht? Guck's dir an Wie hattest du den nicht? Der war ja easy Guck's dir an Nein Okay, also der war von mir schwieriger als von dir Nee Just saying Machen wir den nicht fertig Alter, du hast den Ball bekommen Ach, ich ist nicht fertig Loll Den hab ich Nice Den hol ich Ne Haben wir den jetzt zusammen gemacht? Sind wir wieder ein Dreh im Team? Ah, danke Kein Problem Mein Pass, mein Tor Endlich mach das mal Dein was? Mein Pass, mein Tor, meine Punkte Piss dich Piss dich, Alter Sagt er, weißt du, mit der Hälfte der Punkte Ja, ich muss ja irgendwie rankommen an die Punkte Ja, du hast nur die Hälfte Ist erbärmlich, ey Erbärmlich Ich hab null Service Service haste Alter, ist das etwa wieder ein Goal? Nee Der andere hat äh Hoi Da passt Der geht Der geht Der machst du Nee, den machst du Scheiße, weil ich ihn hoch gespielt hab Der geht rein, der geht rein, der sind nicht da Wow Wow Da musst du hinspringen Ach Mann, warum kriegen wir denn da kein Tor? Weil der Konter zu schnell war Scheiße, damit hab ich ja doch gar nicht gerechnet Ja, ich weiß, aber damit Das Ding ist Ich weiß, die Welle sind ultra-retarded Aber man muss einfach hinspringen Weil wenn dann nicht Also wenn dann nicht gegen den Mach du, mach du, mach du Ich bin nicht da Ich bin nicht da Okay Wenn du, wenn dann direkt reinmachst Dann kannst du ihn eh nicht halten Und du musst einfach den Kostenschuss antizipieren Einfach ein Eigentum machen Ja Ja Aller Klaus Oh Bin direkt hinter dir Wir haben ihn zusammen gemacht Nein, nein, habe ich nicht Ich bin tot Ja Ist das Alter Der Ball war viel zu schnell Durch die Explosion habe ich den Nein Der geht nicht Das ist sehr ärgerlich Lol Er hat ihn Fuck Das war mal ein lustiges Tor Wirklich kicher, kicher Ich krieg mich nicht mehr ein Hahaha Nein Wie knapp das war Ach Leute Schreibt mal hehexd in die Kommentare Ja, es ist Im Todlachen Da passt Das ist mein Klaus Doll Ich mein, der wär zwar nicht reingegangen aber Hol du Okay Er hat ihn Ja, ich hab's gesehen Das ist so lächerlich Okay, das ist aber auch richtig geil Wie der da geflogen ist Oh, der war nice, den hol ich Habe ich dich jetzt noch mit reingerotzt? Jetzt hast du ne Bisschen Ich hab gar nichts Ja Oh, scheiße Na ja Und Nice, okay Wir können's doch schaffen Ah, fuck Fuck Da, pass zu ihnen Sie spielen sich gegenseitig aus Nein 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 Ja, wir haben zwar gut vorne gespielt Scheiße, ja geil Aber hinten haben wir so viele krasse Fehler Fuck Na egal Wir waren doch nicht vier der Vier der Easy schreibt da Easy schreibt da Vier der Vier der sechst Tore waren wir schuld Der Gegenteil Aber ich hab immerhin tausend Punkte Mehr wollte ich auch gar nicht Weißt du Ich brauch keinen Keinen Rank-Up oder so ne Scheiße Ja Das stimmt Ich fand aber das waren trotzdem Zwei ziemlich coole Runden Auch wenn die erste ein bisschen Cool zwar Ja, das stimmt Normalerweise müsste ich die erste Runde rausschneiden Und die aufbewahren Bis was nochmal passiert Bis ich irgendwann mal 30 Runden reinschneiden kann Ja, genau Das dauert dann zwar wahrscheinlich zweieinhalb Jahre Aber das wär ein cooler Part, glaub ich Jo, ich glaub auch Glaub ich auch Gut, dann bewertet den Part Guckt in die Videobeschreibung Das ist Glowsy Und dann sehen wir uns Nie wieder Tschüss